Herzlich Willkommen ihr Knifften da draußen zu einer weiteren Battlefield. Ich war gerade beim Zahnarzt, ich habe noch eine total angeschwollene Fresse. Und ich mache jetzt hier schon mal das Video an, weil einige schon mal auch unter die Kommentare geschrieben haben, ja du suchst ja nur Runden raus, wo es richtig gut läuft und so. Und das mache ich nicht. Nämlich, ich mache jetzt einfach mal hier schnelles Spiel, Rush und los geht's. Ich hoffe ich kann auch richtig trinken. Fühlt sich alles so taub und scheiße an. Monte Grappa. Hier ist ein bisschen kalt. Mag vielleicht auch daran liegen, dass da hinten das Fenster auf ist, aber besser ist es. Und jetzt müsst ihr natürlich noch die Ladesequenz mit ertragen, aber das ist nun mal so. Kann ich nicht ändern. So. Ich habe auch jetzt, seitdem ich Battlefield 1 habe, nicht mehr großartig Rainbow Six gespielt. Alter. So zu reden ist echt total schlimm. Echt fürchterlich. Müsste ich eigentlich auch mal wieder ein bisschen Rainbow. Okay. 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 Das ist natürlich aber auch hier, ähm, immer das, wo ich hinten, glaube ich, verkacke, wenn es darum geht, ähm, zu diesem Schloss zu kommen. Oder bei diesen, äh, na wie heißt es denn? Verdammt. Das bin ich aber gerade ein bisschen blöd. Oh. Oh. Sprengsatz an Einsatzziel Albert platziert. Sprengsatz an Einsatzziel Albert platziert. Ganz easy. Wir haben Einsatzziel... Wir haben beide Einsatzziele erobert. Noch keinen gesehen. Ich habe den jetzt vorhin nicht gerettet, auch wenn ich da ganz viele hätte retten können. Da standen ja echt viele rum. Beziehungsweise es waren viele Tote. Blöde Sau. weiter, 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 weiter. Das ist jetzt natürlich extrem scheißnebelig hier. Ich muss mir endlich mal so einen Banner machen. Die haben alle so coole Banner. Was? Wo kam der denn? Oh nein. Lebt da noch einer? Na ja. Na ja. Da hinten. Der ist schon hin. Ah, scheiße, da waren zwei. Aber kein Medic, ey, das ist total zum Kotzen, wenn ich der einzige Medic bin. Nicht sterben. Oh, nein. Na los, wo bist du? Alter. Medic. 19 Meter, das ist doch echt zum Kotzen. Oh, kommt er, kommt er, kommt er. 16, 15, 14, 12, 10, 8, 9, ja. So. Sprengsatz an Einsatzstil Albert, platziert. Ah. Scheiße. Okay, eins ist zerstört. Oh, ist keiner näher dran. So, ab 50 Metern werfe ich immer die Granate. Oh, komm, rum. Scheiße. Okay, der ist hin. Falscher. Ach, scheiße, konnte ich nicht schießen. In der Nähe deiner Position ist ein Wachsoldat-Kit verfügbar. Da vorne. Ah, ich dachte, ich könnte noch hinter den Stein. Fuck. Alter, warum sind die nicht so weit vorne? Ah, nee, da haben wir immer verkackt, ne? Also entweder in diesem Bunker oder in dem nächsten Bunker. Hä, wo sind die denn? Oh, nein, nicht den Gegner, nein, nicht den Gegner, nein. Oh, Mann. Es tut mir echt leid, ne? Diese Nase ist sowas von taub. Oh, Mann. Ja. Was war das? Alter, ich wusste gar nicht, dass man das verdienen kann. Ohne Scheiß, wusste ich nicht. Gut zu wissen. Da kommt einer. So, und jetzt wird's heftig. Okay. Gut, da brauche ich gar nicht so. Da probiere ich es wieder von der anderen Seite. Das ging immer irgendwie besser. Oh, versuchen einen Rauch. Ich muss von hinten aufpassen. Kommen die dann von da? Ich weiß es nicht. Fuck, 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 fuck. 4, 3, 2. Oh. Oh, ja. Ohne Ende Dynamit. Da kommt man nicht weit. Scheiße. Soll der noch einen Punkt kriegen. Fürs Einsteigen. In der Nähe deiner Position ist ein Wachsoldat-Kit verfügbar. Soll das dann, also ... Uh Folgendes. Uh Gott. Not die Holz, auf der Werke. Philipp. Ah. Nahrland Hier ist alles frei, okay. Ah, scheißegal. Den Punkt haben wir. Oder? Oder? Sehr gut. Tut mir die Fresse weh. Oh, hier habe ich aber auch schon mal lang gesessen an der Stelle. Oh, scheißpanzer. Dreckspanzer. Oh, scheiß. Da c'è una granata, occhio! Visto! Oh Gott, da hatte ich aber gerade Glück. Ah, scheiße. Die Deffen. Der Feind hat den Sprengsatz an Einsatzziel Bertha entschärft. Sprengsatz an Einsatzziel Bertha, platziert. Posso aiutarti? Posso aiutarti? Setz. Kassetta medica per te! Overt, Platzier. Ora ti curo. Cassetta medica, rimettete in sesto. Egal. Punkt ist geholt. Ach, Kacke. Ist hier nicht noch ein Medic in der Nähe? Dieses Mal krepiere ich aber echt viel. Ach, Kacke. 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 Dass man von Was-Soldaten gekillt wird, dass man nicht respawnen kann. Ach, fick dich. Ich dachte, ich komme an dir vorbei, du Hundesohn. In der Nähe deiner Position ist ein Wachsoldat-Kit verfügbar. Ah! Diese Hellriegel geht echt tierisch ab. Na, und hier haben wir schon sehr, sehr oft verkackt. Auf diesem letzten Abschnitt. Also entweder direkt beim Bunker. Oh Mann, 78. Irgendwo einer in der Nähe? Keiner. Ach Mann! Sprengsatz an Einsatzziel Albert, platziert. Ho lazzatole Granata, via! Forza, con la Cassetta Medica! Cassetta Medica, ecco. Ach! 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 Oh Mann! Gasgranate! Jetzt rette mich! Na, kommt da noch ein Sunny in die Nähe? Nee. Irgendeiner, den man mal anklicken kann. Was soll denn das? Oh ja! Macht das ganze Gebäude in den Arsch. Oh! Boah! Oh ja! Ho lazzatole! Ich hätte sie in die Nähe! Le geofferte, posso curarles. Ecco qui, Cassetta Medica. Oh ja! Cassetta Medica. Riemitite in sesto. Grazie a male. Bum. Und wo kommen denn die Schüsse? Joa, das war doch sauber, würde ich mal sagen. Ja, so ist, mag ich mehr. Na, über 20.000 Punkte, das läuft doch. Eine Runde mache ich heute wahrscheinlich noch. Hm, 18 Reanimationen, läuft. Erster Highlight des Tages, das erste Mal gespielt heute, alles gut. Ah, Kiste. Gucken wir gleich mal rein. Ich habe mich so auf meine Waffe eingeschossen, das ist so unglaublich. Ja. Ja, meine lieben Freunde, für die erste Runde des Tages ist doch gar nicht so schlecht. Mal gucken, wie es in der nächsten Runde aussieht, oder? Dann beim Suez-Kanal. Also, haut rein und bis dann. Ciao, ciao.